5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Wir stehen jetzt hier an der Ole Mai Satellite School. Die haben wir 2013 finanziert, 2014 umgesetzt. Und das ist ziemlich beeindruckend. Wir hatten wirklich da 50 Kinder, die eigentlich nur im Kindergarten waren. Und jetzt geht es bis zur 8. Klasse. Es sind 600 Kids, es sind 11 Lehrer und 6 Fächer, die unterrichtet werden. Und es wächst immer weiter. Und wir sind super dankbar für alle, die damals mitgespendet haben, Kaffee gekauft haben. Und ja, das ist das Produkt. Danke. Danke.